Ich bin der Marc und ich will Schweiz... Oh, fuck. Ich bin der Marc und ich will der nächste Ninja Warrior Switzerland werden. Mein sportlicher Background ist Breakdance. Über 15 Jahre lang habe ich aktiv getanzt. Als ich zu alt fürs Breakdance wurde, war der natürliche nächste Schritt Calisthenics zu trainieren. Als ich dann zum ersten Mal Ninja Warrior Germany sah, war es um mich geschehen. Am Anfang fiel mir das Ninja Training sehr schwer. Doch mit der Zeit und mit viel Training wurde ich besser. Nach sechs Monaten Ninja Training bewahr ich mich leider erfolglos bei Ninja Warrior Germany. Doch ich bin hochmotiviert und bleibe am Ball, oder sollte ich sagen, am Ball kämmen. Zum Training gehören natürlich auch einige Misserfolge und es ist sehr wichtig, auch über sich selbst lachen zu können. Ob zu Hause oder in speziellen Ninja Warrior Gyms, ich trainiere überall und zu jeder Zeit. Als Jugendlicher habe ich mit Zwangsneurosen gekämpft und der Sport ist mir als Anker und als Ausgleich sehr, sehr wichtig. Im Frühjahr 2017 habe ich mir den rechten Trapezmuskel gezerrt und mein rechter Arm ist immer noch schwächer als mein linker. Trotzdem lasse ich mich nicht runterkriegen und arbeite weiter daran, meine Verletzungen zu überwinden. Ich möchte fit für Ninja-Wettkämpfe sein und eine Verletzung soll mir dabei nicht im Weg stehen. Deswegen bewerbe ich mich für Ninja Warrior Switzerland. Ich möchte mich gegen den Parcours messen und der Welt zeigen, aus was für Holzgür für Ninja geschnitzt ist. Bis bald! Bis bald!